Es ist Winter und es ist kalt und ich trage, auch wenn die Heizung läuft, diese unglaublich hässlichen, orangenen Handschuhe. Das Tolle an diesen Handschuhen sind diese weißen Spitzen. Mit diesen Spitzen kann ich nicht nur meinen Computer, das Trackpad von meinem Computer bedienen, sondern auch hier mein Smartphone. So. Toll, oder?